Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu unserer PyTorch Tutorial Reihe. Heute geht es um nochmal ein paar grundlegende Sachen, nämlich genau zwei grundlegende Sachen. Und zwar das Speichern und das Laden von einem Netz. Warum solltet ihr das tun? Naja, sagen wir es mal so, wenn ihr jedes Mal euer Netz trainieren müsst, bevor ihr es einsetzen könnt, dann ist das ziemlich nervig. Denn so ein Trainingsdurchlauf, der kann schon mal mehrere Stunden in Anspruch nehmen, in manchen Fällen auch mehrere Tage. Je nachdem wie viele Daten ihr habt, je nachdem wie groß euer Netz ist, kann das wirklich sehr, sehr lange dauern. Und wenn man jedes Mal das Netz trainieren muss, bevor man es tatsächlich ausführen kann, also quasi eine Bilderkennung jedes Mal trainieren muss, bevor man auch nur ein Bild klassifizieren kann, dann macht das wirklich keinen Spaß. Und deswegen gibt es natürlich hier Speichern-Funktionen und Ladefunktionen, damit ihr eben das Ganze machen könnt. So, was wir natürlich jetzt machen wollen, ist, wir wollen zuerst einmal speichern und dann wollen wir es laden. Wir werden das jetzt hier unten drunter machen. Allerdings eine wichtige Sache, ihr solltet euch überlegen, ob ihr nicht vielleicht nach jeder Epoche, also sprich nach jedem dieser Trainingsdurchläufe hier, ob ihr vielleicht nicht jedes Mal dann euer Netz speichern wollt. Denn es gibt ein paar Dinge, die passieren relativ häufig und das meine ich jetzt wirklich so. Das kann durchaus mal vorkommen. Zum Beispiel, wenn ihr euer Netz trainiert und eure Grafikkarte hat plötzlich keinen Arbeitsspeicher mehr oder keinen Speicher mehr, sorry, dann ist tatsächlich, dann schmiert das ganze Programm einfach ab. Und dann ist es sehr gut, wenn man zum Beispiel einfach noch als Backup das hat, was man als letztes sozusagen generiert hat. Sprich, man hat sein Netz zu der Epoche eben davor. Und dann kann man es vielleicht von da abstarten und dann hat die Grafikkarte wieder genug Speicher. Das kommt manchmal wirklich darauf an, was noch im Hintergrund für andere Apps laufen oder auf, keine Ahnung, ich habe selber noch nicht rausgefunden, wann es genau immer abschmiert. Auf jeden Fall, wenn man recht große Netze hat, dann kann das durchaus mal passieren. Was anderes, was durchaus auch mal passieren kann, ist, wenn eure Grafikkarte kurz mal zu heiß wird, dass sie dann einfach mal ein paar Sachen falsch ausführt zum Beispiel. Und dann würde normalerweise so ein kleines Flackern auf eurem Bildschirm eintreten oder sowas. Das macht beim normalen Angucken eigentlich nichts, aber für so ein Netz ist sowas halt ziemlich kritisch, weil dann irgendwelche komplett falschen Werte oder sowas zurückgegeben werden. Nur das wird einfach gar nicht mehr weiter ausgeführt. Sprich, euer Programm könnte auch wieder abschmieren. Also es kann einfach mal passieren, dass das Programm nicht durchläuft. Und deswegen macht es auch wirklich Sinn, nach jeder Epoche hier das ganze Ding zu speichern. So, was ich jetzt allerdings mache, ist hier unten drunter das ganze Ding zu speichern, denn unsere, naja, wir haben ja erstens mal 100 Epochen, was sehr, sehr viel ist. Und zweitens haben wir auch ein sehr, sehr kleines Netz. Das heißt, diese Epochen hier laufen hier wirklich direkt durch. Wenn ich jetzt jedes Mal hier nach speichern würde, das würde sehr, sehr lange dauern. Okay, wie machen wir das? Na ja, dazu gibt es eine wunderbare Funktion, nennt sich Torch.Safe. Und was wir hier reinstecken, ist unser Netz. Logischerweise, denn das wollen wir speichern. Und in was für eine Datei wir es reinschreiben wollen. Das heißt zum Beispiel, ähm, mein Netz, oder, ja, doch, mein Netz.pt macht man normalerweise. Und wenn wir es laden wollen, dann können wir das hier oben machen. Ich muss jetzt natürlich erst mal ein Netz haben. Das heißt, ich muss hier oben auch überprüfen, ob diese Datei überhaupt vorhanden ist. Falls sie nicht vorhanden ist, kann ich natürlich auch kein Netz laden. Das heißt, if OS, ach, das habe ich gar nicht importiert, ne? Dann importieren wir hier oben mal Import OS. So, ähm, das ist eine ganz normale Python-Bibliothek, die euch sozusagen ein bisschen Datei, Input, Output ermöglicht. If OS.Path.isFile, dann wollen wir das Netz laden. Das heißt, mein Netz.pt, ups, pt. Wenn das der Fall ist, dann wollen wir unser Netz laden. Und unser Netz können wir laden mit der einfachsten Funktion eigentlich hierfür. Nämlich hier oben Netz ist gleich torch.load. Und jetzt hier logischerweise den Dateinamen wieder rein, mein Netz.pt. So, wunderbar. Und das bedeutet, wir haben jetzt unser Netz geladen. Und wenn es geladen ist, dann, ja, können wir eben auch Sachen davon auslesen, zum Beispiel. Das heißt, ich lasse das ganze Ding jetzt erst einmal laufen. So, ich habe euch währenddessen einfach mal ganz kurz pausiert, denn, wie gesagt, es dauert immer ein bisschen. Und, ähm, ja, wir sehen jetzt hier unten den Standard-Output. Aber wir sehen jetzt auch hier unter den Dateien hat sich hier jetzt eine neue Datei gebildet, mein Netz.pt. So, und diese Datei kann man natürlich auch einfach mal aufmachen, wenn man das möchte. Kann man sich auch mal genauer angucken. Wir können sie jetzt hier, ähm, uns mal auch angucken. Sieht dann folgendermaßen aus. Also, es ist nicht Encoding UTF-8 offensichtlich. Aber wir sehen hier so die groben Sachen. Das ist das, ähm, das ist das Module, was wir hier haben, theoretisch. Das hier ist unsere, unsere Python-Datei. Also, es steht da wirklich alles drin, was man hier eben so machen könnte. Und wir sehen hier wirklich noch ein paar andere, ähm, ja, Informationen. Aber das ist, eigentlich müssen wir die nicht aufmachen oder sowas. Wir können jetzt einfach hierher gehen und diese Zeile hier auskommentieren. Die werde ich jetzt auch hier tatsächlich mal auskommentieren. So, einfach mal beide. Und wenn wir jetzt hier das ganze Ding nicht laden könnten, dann würden wir in Fehler reinlaufen. Funktioniert aber wunderbar. Habe ich gerade einfach mal ausgeführt. Also, wie gesagt, euch wieder mal pausiert. Und dann hier euch mal das hier zum zeigen. Der erste Schritt enthält hier schon, ähm, einmal 10 hoch minus 11 mal 2,95, also sehr, sehr gering. Das heißt, wir fangen hier wirklich schon auf einer sehr, sehr, sehr guten, ähm, auf einem sehr guten Fehlerwert an. Also, quasi fast kein Fehler. 0,0000000029598 oder sowas. Die Nullen habe ich jetzt nicht gezählt. Aber, sehr niedriger Fehler, das würde bei einem zufälligen Netz nicht der Fall sein. Denn, ja, wir haben ja, außerdem haben wir keinen Fehler bekommen. Wir haben einfach dieses Netz hier eben geladen. Gleichzeitig kann ich natürlich trotzdem hier diese, äh, diese Codezeilen hier drin lassen. Und, ähm, ja, wir sind jetzt hier auf einem Fehler von einmal 10 hoch minus 14 gelandet. Das ist echt quasi nichts. Und wenn wir es jetzt hier laden, dann sehen wir, dauert, okay, ich hätte euch wieder pausieren sollen, sorry. Ähm, dann sehen wir hier, wir haben halt einfach wieder dieses Netz hier geladen. Also, wir müssen nicht jedes Mal wieder von vorne anfangen. Wir können auch einfach jederzeit weitermachen und unser Netz überspeichern. Was wir jetzt hier im Endeffekt drinstehen haben, hier unten, also wir sind jetzt hier bei einmal 10 hoch minus 15. Ähm, wir haben im Endeffekt hier jetzt tatsächlich 300 Epochen gelernt. Einfach dadurch, dass wir es dreimal ausgeführt haben. Das heißt, das ist einfach auch schon sozusagen euer Vorteil. Wenn ihr es nochmal ausführt, dann habt ihr halt automatisch schon mal bessere Ergebnisse. Und das ist schon mal sehr angenehm. Gut, das war es von meiner Seite erstmal. Und, ja, wir hören uns dann wieder beim nächsten Mal. Bis dann, ciao. Bis dann, ciao. Bis dann, ciao. Vielen Dank.